Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute bin ich hier mit dem Yves, Yves Bartz. Der Yves ist Boxer, steigt jetzt ein ins Profiboxen, ist zu Gast hier bei uns im Palästra noch für eine gewisse Zeit. Wie lange noch? Eine Woche oder so? Und der macht heute die Übung der Woche. Der Yves steigt jetzt ein ins Halbwäldergewicht und springt ganz gut Seil. Und das ist die Übung der Woche. Eine Minute Seilspringen. Ihr könnt es ja mal probieren so zu machen wie er. Ansonsten einfach nur eine Minute am Stück Seilspringen. Viel Spaß dabei. Ich gucke auf die Uhr. Und ab geht's. Ah, sehr schlecht. So gut, so gut. 20 Sekunden haben wir schon. 30 Sekunden. Saugut, saugut. Noch 12 Sekunden. Noch 12 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Okay. Super. Sau stark. Sehr eindrucksvoll. Also wenn er so boxt, wie er sein springt, dann wird es richtig gut. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.